Wo sind wir hier? Was zum Teufel geht hier vor? Da ist etwas im Wald gewesen. Die Gruppe Kindeslind möge sich bereit machen. Ich bin die Braut, helft mir. So seid ihr bereit und mutig genug, in den dunklen Wald zu folgen. Sie vielleicht? Das wurde mir für heute eine Jungfrau versprochen. Das ist leider schon zu spät. Bist du vielleicht die Tochter des Kuhhirten, die mir versprochen wurde? Nein. Nein, mein Papa ist Brostler. Gebrauchte Weiber will ich nicht. Ich nehm sie trotzdem. Schneid ihm sein Gemächt ab. Nein, nein, das war nur Spaß. Hört mir zu. Ihr müsst jetzt über diesen Steg gehen. Aber! Zeracht! Ja? Ja? Komm! Ja! 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 Gniet nieder! Gniet nieder! Na, was geht meine Gnieder? Und jetzt? Dann wieder zurück, weil es kommen andere die haben. Ja! Habt ihr noch festgebackenes Brot? Bei der Glase nicht. Diebespack! Ja, wo geht's denn weiter? Geht's nid weiter? BAH! Gib mir die Haaren klar ab. Ja, wo bist du? Ah! Ich will nicht mehr auf! Ich will nicht mehr, bitte! Nein! Ist das dein Fuß? Was? Nein, das ist nicht mein Fuß. Das ist der Fuß von irgendeiner Leiche wahrscheinlich. Aha! Leute, wo seid ihr? Ja! Ja! Du isst wer? Ja, dann geh weiter mit dem den Fuß. Ah! Was ist das? Stefan? David, wo bist du? Was ist das? Stefan? Ah! Welchen Fuß ist das? Oh Gott! Was ist denn das? Das sag ich! Komm! Folge mir in meinen Gemächern, dann schenk ich uns einen Becher. Komm! Trink! Trink! Du sollst mein Nächster frei sein! Trink es nicht, dass es gibt! Oh ja! Trink! Ist der Teufel! Trink! Ha! 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 Morgen bist du tot! Der Teufel hat dich geholt! Ha! 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 So schlimm war sie gar nicht! Ha! Das war schrecklich! Sie hat auch fesche Töchter! Halt! Ha! Gebitte! Jetzt bringen wir ihm eine neue Jungfrau! Euch! Ich bin gar keine Jungfrau! Hol sie euch, ihr Teufel! Die waren Betröger! Halt! 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 Wagt es uns nicht zu stören? Beim Grabe unseres toten Kindes? Greif ihn ein mit bloßen Händen. Ein Sack? Was ist denn das? Ich hab ihn. Jetzt ist es noch. Was? Zur Hilfe, zur Hilfe, ihr tapferen Wanderer. So helft mir doch. Räuber hat mich im Wald überfallen und verletzt. Wollan, wollan! Tretet noch ins Licht. Tretet nur nachher. Tretet nur nachher. Und jetzt machen wir hier Schluss. Spät ist gut. Wer wandelt? Zu so später Stunde. Keinen Schritt weiter oder wir stechen euch ab. Kopf. Oder Zeit. Gott, mit was kämpfst du? Oh Gott, das ist ja ulgraslich. Wir werden diese Nacht überstehen. Und dann ist alles wieder wie vorher. Nichts wird jemals wieder so Zeit wie vorher.